Justin und Hailey Bieber, Babynuss. Ist Model Hailey bereits schwanger? Einhalb werden Justin und Hailey Bieber dieses Jahr Eltern? Zweihalb Justin Bieber deutete in einem emotionalen Post an, Vater zu werden. Einhalb werden Justin und Hailey Bieber dieses Jahr Eltern? Hoch? Hat sich Popstar Justin Bieber, 25, verplappert? In einem emotionalen Post für seine Fans deutete Biebs an, Vater zu werden. Emotionale Worte des Sängers auf Instagram wandte sich der Sänger mit einer herzzerreißende Botschaft an seine Fans. Der 25-Jährige hat seine Karriere erst einmal auf Eis gelegt. Während viele seine Anhänger immer wieder ein neues Album und eine Tour fordern, sieht sich der Kanadier dazu derzeit nicht imstande. Ihn plagen schon länger psychische Probleme, schrieb er. Ist Hailey Bieber schwanger? Immer an seiner Seite, Ehefrau Hailey. Die Frau, die ihn den Rücken frei hält. Und genau auf die ging der Musiker in seinem Post auch ein. Anstatt sich auf seine Karriere zu konzentrieren, möchte sich Justin jetzt seiner Gesundheit widmen. Denn offenbar plant er mit seiner Frau Hailey Bieber eine Familie zu gründen oder ist das Model bereits schwanger? Hat sich der Sorry-Interpret mit diesen Aussagen etwa verplappert? Gottmöglich. Seine liebste Hailey meldete sich unter seinem Beitrag zu Wort. Justines Fans sind sich sicher, seine Aussagen sind der Beweis, dass die Biebers Eltern werden. Kommentierten sie beispielsweise unter dem Post. Blitzliebe bei Justin und Hailey Nun fehlt den Verliebten offenbar nur noch Nachwuchs und genau der könnte schon unterwegs sein. Diese Artikel könnten dich auch interessieren, Justin Bieber, Schock-Nachricht. Wie soll es jetzt weitergehen? Justin Bieber, betet für mich. Deine Güter, schreif nochmalους audiobook Uhr. Wie soll es jetzt auf? Vielen Dank.